Gut, nein Quatsch, ich will mal zu ausrasten. Ich will es wieder abschweifen zu meinem nächsten Song, weil ich finde es einfach keine gute Überleitung. Weil ich habe bei Ronald Felper schon nie einen Brief geschrieben. Der nächste zuerst nämlich The Ladder. Mit Strähnen im Gesicht, die sehen eher aus wie mir, die keine haben. Wie gesagt, nicht gewaschen und bewegen sich nicht mehr.